Bereit. Dann los. Vorne mach ich die Tür auf, hinten. Rufst einen, feiern das Zeug. Ah, Steffi! Entschuldigung! Ich dachte, du funks! Da ist noch nicht um den, ich nehme da nicht um die Ecke! Da ist noch einer. Ganz ruhig, Scruffy. Der humpelt. Dann kann ich ja jetzt auch empfangen. Steffi schießt gerne wehrlose Leute. So wie mich. Es tut mir leid. Ich gedacht, du funks.